herzlich willkommen zu einem weiteren röntgen folge ist die palme begrüßt die anderen und zwar viel laurie ich wollte sagen die himmel palme mit ihrem kopf einen stabschild von hinten werfen wir nach vorn nein nicht in die andere richtung bei mir sieht man ganz gut aus jack ist auch direkt hinter mir quasi okay ich bin zumindest nicht mehr die mitte wird versucht die mitte wird versucht ich gehe den weg ach so das ist gar nicht das ist gar nicht laurie das ist irgendjemand anders bei uns ach du kleiner hurenstab also noch ist die aufbringlich verloren laurie das sieht gut aus 102 punkte völlig ausreichend ja los flieg runter du clown genau weg mit dir am müll noch mal im müll aufgrund der zeit jetzt nicht verdient da verkacken ist es alle malzeit alle quali meint wieder alle oder niemand ich hoffe mal dass wir hier neue level dabei haben das wäre cool bei unserem glück jetzt kommt memory das habe ich noch nie geschafft noch nie ist die season wo wir immer schön reingeschissen haben noch nie habe ich dieses spiel geschafft ja packen war kann man sich doch dahinter verstecken muss einfach in die dinger die gehen ja weg also mit voller inbrunst einfach auf sie zu rennen und zeigen wer der boss ist so weit einfach mal eine andere taktik unter mitte zu bleiben ich bleibe auch nicht in der mitte ich renne die ganze zeit nass und hinterher wieso sind wir in position 6 von uns ist doch keiner draußen doch unser mate ist draußen ach wir haben den mate so ein lappen egal wir sind dritter aber ich renne dem nase und nach ja da hält mich so ein huren bock fest aller mit schmock haste warum haben die eigentlich eigentlich spongebob als als reifen hier sein oder ich schaffe das ist das erste mal dieses game ja wohl ja ein gut ich habe unsere kunden dem nase und mit dem kopf in den hintern gerampelt bestecken geblieben sprung club laurie das mit den zwei dingern und wo nichts runter fällt das konnte ich noch nie wie sagt wann gibt es ja auch zwei ja die glaube ich erneuert wir haben uns einfach macht das ist ja geschützt und wie das ist ja gar nicht gehört und wie grüchte gleich was ist dann für eine verarsche so direkt von der frucht umgehauen er und hinter dem der fürst hat mich festgehalten ja ja ich sage scheiße ich hänge an der spange stange fest ich hänge an ich werde fallen ich bin tot warum hast du das gemacht ich bin doch nicht tot du hast mich runtergeworfen warum hast du das gemacht laurie jetzt musst du aber auch performen du unsere mate weil ansonsten sieht scheiße aus war ein bisschen du runtergefallen weil ich an der stange fest und wahrscheinlich auch von mir festgehalten wo ich bin tot unser mate ist noch da ja hoffentlich stirbt er nein wir sind ja zwei platz zwei gebracht jetzt steht viel spät man bekommt dafür jeden jump nee oder wofür bekommt man denn hier punkte ich weiß nicht weil wir würden platz zwei bleiben wenn die beiden zueinander hören wir haben wahrscheinlich weil die machen jeweils immer sechs punkte wenn wir drei punkte machen alle anderen sind schon raus wir sind halt einfach in sein gut so ist was wir lassen für eine trolle glaube ich bin ich rausgeflogen es ist die teamleistung die zählt wir sind im finale ja finale so jetzt werde ich gucken wie ich glaube ich scannen kann energiekontrolle kannst du nicht scannen kannst einfach nicht mitarbeiten ja doch ich kann dir ja auch das energie denken immer wieder wegnehmen das bringt halt niemanden was doch den gegnern dann kannst du auch einfach nichts machen nee 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 warum haben wir eigentlich tatsächlich genau drei batterien nur damit einer das hier machen kann die jetzt echt auf den sack kürzlich im gegner eine batterie wegnehmen ja dann gibt das so das war für ja ich hab dir nichts herr die hergeben das los sagte ich hier der fährt alles was wir gefährt haben anders ich mache das selber bei den gegner da ist einer der hat mir die batterie weggenommen zurück selbstverständlich jetzt macht was sonst verlieren wir ich halte hier die ganze zeit jemanden davon ab dass er alles einfährt ich kann halt nicht alles alleine machen würde kleine huren so der west wichtig die ganze zeit und bastard ja das mache ich ja hier mit seinen kollegen auch ihr müsst ihnen mal noch eine batterie wegnehmen ja ich bin dabei aber es klappt nicht die gewinnen ja ich merke es man wir haben anfang hinterher gerannt ist deswegen unglücklich gelaufen ihr habt einfach euren scheiß nicht ordentlich verteidigt die ganze zeit eingefärbt hat sollen mir lag es nicht ich habe auch die ganze zeit eingefärbt dann wurde es mir wieder weg genommen habe ich sofort wieder abgenommen also mehr kann ich auch nicht machen ja wird schneller himmel punkte zählen was sollen das ja in dem falle na dann los check was dauert denn so lang die ente wie wir es richten ich sag dir vertrau auf die ente ja ich bleib sie mit Okay. Das ist das Spiel, was ich nicht so gut kann. Liebe Leute, ich gehe jetzt weiter. Zweite Runde hier und mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Er hat mich gerade angezeigt, dass alle Controller benutzen. Interessiert mich nicht die Bohne. Was ich über mich beschwere. Schön, ich bin runtergefallen. Was? Warum würde ich da weggehen? Und ich war auf einer Plattform. Und ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich habe bis jetzt genau null Checkpoints. Ich auch. Ja, voll die Abkürzung genommen. Geil. Aber das war auch... Ich bin runtergefallen. Absolut rigged, was hier passiert ist, sage ich dir. Warum ist es auch noch mal runtergefallen? Nein. Also ich glaube, wir scheiden in Runde 1 aus. Nein, werden wir nicht. Ich glaube schon. Niemand scheiden in Runde 1 aus, außer die schlechten. Ich habe einen ersten Checkpoint geschaffen. Ich habe einen ersten Checkpoint geschaffen. Ich noch nicht. Was? Ja. Ich habe einen zweiten Checkpoint. Erster Checkpoint. Hier vorne so viel Mühe. Ja, naja. Irgendjemand muss es ja richten. Wenn es die Skillspieler nicht machen, dann müssen es halt die anderen machen. Naja, die Skillspieler machen es ja gerne. Oh, dritter Checkpoint. Wir haben schon einen im Ziel. Absoluten Skill, ne? Bist du schon im Ziel Check? Ne. Bei der Kollege. Unser... unserer... made carried. eni-college. Ups, v-a. Und tschüss, ich bin abgestürzt. Ach, meine Fresse diese kack Plattform, ey. Ich könnte kosten. Mach dir doch mit Absicht. du kleiner ausgeschrieben ja bitte vielleicht beim nächsten mal so sieht das aus wenn ein das team runter zieht natürlich immer ein bisschen ärgerlich kann man jetzt machen aussteigen können wir an dieser stelle wir sind ja raus auf jeden fall an dieser stelle vielen lieben dank fürs zusehen hätte leistungen aber falls jetzt mal nicht getan habe schon bei den anderen beiden auf die kanäle je nachdem was ich gerade in diesem moment lieber ist und wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein tschüssi tschau